Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt gar nicht abgestimmt. Wo spielen wir denn? Raid? Oh ne, ich hasse die Map. Ich hasse sie! Ach ja, und der DreamTax ist natürlich auch wieder am Start. Nicht vergessen. Der wird vielleicht öfters dabei sein. Sehr oft sogar. Sehr oft sogar, weil ich weiß auch nicht warum. Die nächsten zwei Wochen mindestens? Ja. Wir nehmen heute auf und dann halt nächste Woche an der GamingNacht. Genau. Und da bin ich dann auch bei mehreren Projekten gleichzeitig dabei. Genau. Wir müssen dann nur gucken, wie wir das mit dem Mikro hinkriegen. Aber wir nehmen da ein Mikro. Ja, ist halt nur die Frage, ob wenn du dann neben mir sitzt, ob das Mikro das auch dann rafft, dass da einer sitzt. Ach komm, wir machen das ein bisschen kuschelig, dann klappt das schon. Uh. Oh ja. Ähm. Aber wir kaufen Morscherie, ne? Das ist ganz wichtig. Ja. Okay. Bitte nicht. So. Äh. Vektor K10. So heißt sie. Achtung, EMP! Ja, die ist ne tolle Waffe. Oh, ich seh dich. Hallo! Verbündete Drohnenerz. Ach du bist es. Yay, die eigene Granate rennen. Ist mir vorhin passiert. Ich hab' neue. Die haben ja auch. Ah, ich hab' neue Sekundärwaffe freigeschaltet. Hab' ich vielleicht mal ein Assist mitgemacht. Die muss ja auch mal hochgehen. Äh. Okay, hallo. Ah, jetzt. Ach so, das war... Woll grad' man einen Teamkameraden erledigen. Das geht gar nicht. Ich wollte grad' ein Abmesser, das hat noch nicht ganz... ich glaub' wie ich wollte. Passiert. Also ich bin gestorben dabei. Das geht gar nicht. Oh, meinst, warum bin ich jetzt noch verrückt? Nein! Ach, ich mag diese ganzen Sniperleute nicht und warum ist ja nicht gestorben. Ich hab' der voll gut getroffen. Schrenn mal außen rum. Ah! Nein! Ah, komm! Konzentrier dich! Wir sind in Front. Wir sind ein Punkt, äh, in Führung. Gleich nicht mehr, wenn es so weitergeht. Ja, ich hab' ihn abgestochen. Jawoll! Klappt so gut. Oh, komm! Konzentrier dich, wenigstens ein Assist. Naja. Hallo, äh... 2 zu 7 schon. Warum ruckelt das so? Wir haben jetzt auch grad geruckelt. Ich glaub, das liegt gar nicht an dir. No signal. Steht ja auch an den Fernsehern in der Wohnung. Achso, na dann. Ach, hier fühl ich mich irgendwie unsicher. Irgendwie nackt. Also... Boah, Alter. Wie das ruckelt. Ich glaub, ich tu gleich mal, äh, nochmal die Uploads beenden. Vielleicht läuft's einem besser. Ach, ja. Ja, übrigens hat's doch gesagt, Sensor dauert so lange. Es hat nur 8,5 Gigabyte. Dauert 3 Stunden bei mir. Echt? Ja. Dann hast du ne andere Version gehabt. Ich hatte 17 Gigabyte. Achso, Dingens. Ich hab noch, äh, ein DLC hab ich auch noch dazu geholt. Deswegen vielleicht. Ach, Blitzschlag. Nein. Ach du Gott. Ich find die Schockladung ja gar nicht lustig. Alter, die sind so ätzend. Kennst du das? Wir haben heute ne Überraschungstest in der Schule geschrieben. Und? Ich war sehr überrascht. Also unsere Englischlehrer überrascht uns immer wir. Blöderweise hab ich nie gelernt. Wenn sie uns überrascht. Was? Also, Herr Dreamtex, also bitte ja. Du musst lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich weiß. Vor allem Englisch. Sonst wird's mit dem Piloten jetzt nicht so viel. Nee, nee, nee. Ah, da bist du. Hallo. Hallo. War der Gegner. Tod. Ab ihn. Sehr schön. Hat ihn. Ha, hab's gesehen. Hallo. Felsstorm-Rakete unterwegs. Nein, 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 nein. Hier will noch fallen sehen. Ach. Nein, da kommt der Drecksack um die Ecke gescheißert. Ah, da ist einer. Okay. Ah. Alter, wer hat die Granate nach ihr geworfen? Ich. Du undankbarer. Ey, das gibt's doch nicht. Warum sterb ich immer zuerst? Okay, wahrscheinlich was eine mega gute Waffe, was die der hatte. Okay, ich bin schon weg. Oh, ich muss aufstoßen. Was soll das denn? Nein, 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 nein. Schon ganz und anstößig, was du hier machst, ne? Da kommt der Gegner. Sterb, sterb, sterb. Was? Alter, wie viele? Alter, haben die ihre Tage? Was ist denn hier los? Hier haben sie. Alter, das ruckelt und ruckelt. Ich glaube, ich tu echt mal gleich die Uploads beenden. Ja. Dieser hat, der hat nichts gesehen. Der hat den Arm vor den Kopf gehalten und... Okay, der hat... Nein! Wie schlecht die spiel... Ey, die spielen doch im Clan. Was soll die Scheiße? Natürlich bin ich im Clan. Au. Hab dich gerecht. Nein, nein, nein! Wir werden irgendwie am gleichen Ort gespawnt. Hab ihn. Hab ihn nicht. Hab ihn auch nicht. Schlecht. Ach, da bist du ja schon wieder. Wir werden irgendwie alle... Ich lauf dir immer hinterher. ... Ich hab ihn getroffen mit meiner Granaten. Oh, in Stolz übrigens. Okay, aua. Jetzt hab ich die ausgetrickst, in dem hier rein bin. Und jetzt werden sich alle überraschend, weil ich die gefunden hab. Oh, der einer hat schon überraschend hab mich trotzdem geredet. Also. Eieieieieie. Das war knapp. Fast war ich der Letzte. Schreiben wir mal was in den Chat. GG, weil wir gewonnen haben. Nein, ich hab einfach mal Spielt alle, tot alle Ähm Oh, ja Der hat nicht so viel Chancen gehabt Gut, die Folge ist jetzt noch sieben Minuten lang, tut mir leid Ich mache immer nur eine Runde, oh, wir waren aber gut Ich tu mal gleich die Uploads bänden Dann ruckelt es nicht mehr so, das war ja schlimm eben zum Ende Gut, bis morgen Das war halt echt schlimm, tschüssi So, vielen, vielen Dank, dass du dir das Video Angeguckt hast, bin ich sehr dankbar Natürlich für Kommentare Bin ich natürlich auch relativ offen Sag ich mal Du kannst bei mir mal bei, auf meinem Hauptkanal Bei YouTube halt vorbeigucken, Twitter oder Facebook Da bin ich auch vertreten Mittlerweile auch Google+, das ist jetzt hier gerade nicht eingeblendet Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung Ähm Ja, was gibt's noch zu sagen Nichts Einfach nichts, gut Wir sehen uns vielleicht bei einem Neuen oder beim nächsten Video von mir Ja, wir sehen uns vielleicht bei einem Neuen oder beim nächsten Video von mir